Ja hallo, ich bin der Marco Gönn, der Jan Maybach von der Soko Leipzig und wir wollen euch heute mal ein bisschen den Leipziger Weihnachtsmarkt zeigen. Ich mit meinem Kollegen Steffen Schröder, alias Tom Kowalski. Ja, wir trinken uns hier warm gerade. Wir machen einen Zug durch die Gemeinde, gell? Prost! Wir haben uns gemeinsam mit den beiden Kommissaren der Soko Leipzig auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt zum Klöweintrinken getroffen. Um auch einmal Abstand von all den Kriminalfällen zu gewinnen, eignet sich so ein Heißgetränk doch am besten, oder? Hast du schon einen Glühwein ausgetrunken? Ja, ich hab auch den Wälder stehen gelassen, weil er Pfandkraut war. Ja, der hat den Pfand weggeballert, den Glühwein. Der trinkt erst seinen eigenen leer und dann haut er meinen weg. Die beiden Kommissare haben sichtlich Spaß. Nun aber zu den weihnachtlichen Themen. Wie sieht das bei euch aus? Weihnachtskalender selbst befüllen oder fertig kaufen? Also, ohne Quatsch. Ja. Du sagst immer, du brauchst das selber, hast du aber bei diesen Schokokalender, die sind vorgepressten aus dem Lidl. Ich befülle das wirklich selber. Ich befülle das auch selber? Aber nur mit Süßigkeiten oder auch mit selbst gebasteltem? Auch mit Mundgemalten und selbstgebasteltem? Ich muss sagen, nein, nein, mein Kalender, ich finde, mein Kalender ist besser als 24. Dezember. Also die Enttäuschung ist meistens nach dem Kalender riesengroß. Und den macht er mir jedes Mal. Mein Kalender, weil du brauchst so ein süßer Hase steckst. Weil du brauchst so ein süßer Hase steckst. Humor und Fannähe zeichnet die beiden Kommissare definitiv aus. Vor der alten Handelsbörse und mit Blick auf den mittelalterlichen Weihnachtsmarkt haben wir die nächsten Fragen an Steffen und Marco. Lieber schenken oder beschenkt werden? Ich schenke, also ich finde, geben ist seliger denn nehmen. Also ich schenke ganz gerne, muss ich sagen. Ja, also, du nimmst lieber. Nein, ich liebe natürlich auch nur schenken. Also man muss mir überhaupt nicht, ich bin so glücklich, wenn ich schenken kann. Du bist auch ein Giver. Also wenn du mir was schenkst, dann freue ich mich. Ja, das geht mir auch so. Du hast mir auch mal Kochbuch geschenkt. Mega. Du hast mir auch mal Kochbuch geschenkt. Ja, das gleiche, was du mir geschenkt hast. Das habe ich dir. Ja, drauf jetzt zurück. Hast du nicht gemerkt. Wie sieht eigentlich der Weihnachtsabend bei euch zu Hause aus? Also jedenfalls ist es so Familie und bei uns zu Hause. Also, ja. Ja, bei uns auch. Ich habe zwei Schwestern, die kommen immer zu Besuch mit der ganzen Familie. Also ist der Stall voll. Wobei dieses Jahr wahrscheinlich eher getrennt stattfindet. Das wird ein bisschen kleiner, aber auch familiär und auch zu Hause. Bei mir kommt niemand zu Besuch dieses Jahr am 24. Sonst waren manchmal meine Eltern da, manchmal meine Schwiegereltern. Die hatten, glaube ich, keinen Bock. Die sind dieses Jahr bei meiner Schwester. Die wollten nicht wieder gucken. Die anderen sind bei der Schwester von meiner Frau. Die wollten nicht so viel Geschenke, glaube ich. Das war denen einfach. Das ist ein auch Giver. Und wie sieht euer Weihnachtsessen aus? Fondue. Ich bin absolut. Also es gibt einmal im Jahr Fondue. Das ist zu Weihnachten. Und zwar seit der Kindheit. Ich liebe das. Und da muss ich auch über die Fleischhürde drüber. Aber bei uns eigentlich so den richtigen. Also Gänsebraten gibt es am ersten Weihnachtsbeier. Nein, das ist. Ja. Ja, kann sein. Das es bei euch gibt. Nachdem wir noch ein Stück über den mitteilterlichen Weihnachtsmarkt geschlendert sind, nehmen wir die beiden Kommissare mit nach oben auf den Balkon des alten Rathauses. Man merkt ihnen an, so einen Ausblick haben sie wohl nicht erwartet. Kannst du mal mit der Kamera einmal runterleuchten? Das ist die Südtiroler Absturzbude. Und der Name spricht für sich. Ein böser Stand, der einen schon wirklich vom Schlitten nehmen kann, muss man sagen. Mit sehr netten Südtirolern. Manchmal, wenn es schon spät ist und wir zu spät dran sind, klopfen wir auch hinten. Und die kennen uns und dann lassen die uns rein. Weißt du noch? Das ist ja eigentlich ziemlich witzig, der Weihnachtsmarkt. Da klopfen wir und dann freut er sich, weil er kennt uns schon von jedem Jahr. Wir überfallen die. Das ist ja, glaube ich, illegal. Das darf man gar nicht so offiziell in der Stimme kundtun. Also der hat keine Wahl. Wir klopfen an, wir müssen rein und dann geht das ein bisschen weiter. Weil 9 Uhr ist schon wirklich eine relativ steile Ansage. Und 9 Uhr schon eigentlich, die Zelte abzubrechen, finde ich schon relativ früh. Aber er verlangt ihm dann auch, dass wir mit ihm anstoßen. Ja, so echt. Man kommt da manchmal erst dann deutlich später wieder raus. Aber eine sehr schöne, liebgewonnene Tradition. Einmal im Jahr treffen wir uns alle hier und lassen den Südtiroler Südtiroler sein. Also, Glühwein oder lieber Bier? Glühwein. Ich trinke wirklich in der Weihnachtszeit wahnsinnig gerne Glühwein. Mache ich auch gerne. Ich finde den Weißen ja auch gut. Ich finde, dass der Weiße eine gute Erfindung ist. Der Weiß ist echt... Nee, nee, nee. Ich bin eigentlich sonst, also genau, sonst bin ich auch bei dir auf Weißwein. Aber Glühwein muss irgendwie rot sein. Hast du mal den Weißen getrunken? Nee. Aber jetzt fange ich wieder die Diskussion an mit Kanalratzern und Kürbiskuchen, weißt du? Das ist, das ist... Was der Bauer nicht kennt, ja, was soll man da sagen? Probier mal den Weißen. Nein, ich finde, das gehört sich nicht. Der Glühwein muss rot sein. Und euer Lieblingsfilm zur Weihnachtszeit? Ach, kann ich so pauschal gar nicht sagen. Ich weiß, also ich weiß, wenn man jetzt von einem Weihnachtsfilm redet, den ich wirklich, wo ich immer noch lachen kann, ich finde, der gut gealtert ist, ist hier mit Bill Murray, Die Geister, die ich rief. Finde ich immer noch lustig. Also, der wird halt oft... Die Geister, die ich rief? Doch, kennst du. Diese Weihnachtsgeschichte, diese Charles Dickens Weihnachtsgeschichte, wo er die Geister der vergangenen Weihnachten immer wieder zu verpasst. Kennst du nicht? Und Bill Murray in Bestform. Also, wirklich, wirklich gut. Wirklich lustig. Täglich Prüf das Wurm mit dir, meinst du? Nein, das hat ja nichts mit Weihnachten zu tun. Ach, die ich wirklich gerne. Außer, dass es da schneit, glaube ich, ne? Ja. Das ist, ja. Aber, die Geister, die ich rief, ist echt ein Weihnachtsfilm und ich glaube, der wird auch Weihnachten wahnsinnig von allen Sendern drauf und runter gespielt. Und den sehe ich ganz gern. Ich gucke so wenig Fernseher-Weihnachten, deswegen habe ich den noch nie gesehen. Was war bisher euer schönstes Weihnachtsgeschenk? Ich weiß doch, ich habe mal ein Weihnachten gehabt, da habe ich mir... Also, ich habe den ganzen Abend ausgepackt, den ganzen Abend, und ich nicht. Also, ich habe zwei Schwestern und alle packten aus wie wild. Und ich guckte so rum und ich habe irgendwie so ein kleines Ding aufgepackt, da waren zwei Socken drin. Alle packten aus wie wild. Und ich hatte mir einen Tischfußball gewünscht, also so ein Kicker. Und irgendwann kam dann, da war dann eben der Tischfußball, da war eine Platte drauf und das war der Gabentisch. Und dann zum Schluss, als alles abgeräumt war, ging die Decke weg und dann kam der Kicker zum Vorschein. Und dann, das werde ich bis heute nicht vergessen, dass es dann irgendwie zum Schluss für mich die Erfüllung kam. Das war ein geiles Geschenk als Kind. Was ich total super fand, kennst du von Dux, früher so eine Firma, gab es diesen kleinen in orange, so einen super 8-Film-Apparat, aber so ganz einfach, das war auch nicht besonders teuer. Für 10 Mark gab es so Filme, die man da hatte, mit so Rollen. Da gab es auch erst welche zum Kurbild und dann später. Mit 3D-Effekt. Du guckst rein und siehst so ein Bild mit 3D-Effekt. Nee, nee. Aber du konntest so ein Bild an die Wand werfen, ohne Ton natürlich. Und nur, es gab so kleine Filme, die so ohne Ton und so klein. Das kann mich erinnern. Und ich kam mir davor, wie so ein, wie so ein, wie so ein, als hätte ich ein Kino. Ich habe auch meine ganzen Freunde eingeladen. Ich habe immer, habe immer den Voice Over gemacht, weil es gab ja keinen Ton, die mir die Geschichte dazu erzählt. Und habe ich heute noch. Habt ihr denn noch ein paar letzte Worte, die ihr an unsere Zuschauer richten möchtet? Also, wir wünschen euch wie immer, wie jedes Jahr, frohe Weihnachten, ein gutes neues Jahr und nicht vergessen, alle Wünsche werden klein, gegen den gesund zu sein. Und dann nicht vergessen, vierter Advent, treffen wir uns hier alle und wir werfen den ganzen Marktplatz mit gebrannten Mandeln voll, oder? Ja, waren wir neu, aber machen wir. Feuern die von hier oben so in die Menge, weil das die Kölner mit ihren Kamellen, das ist ja auch nicht. Waren wir neu, aber wir machen es so wie jedes Jahr. Ja, wir machen es so wie jedes Jahr. Na dann wünschen auch wir euch schöne Weihnachten und eine angenehme Zeit mit euren Liebsten.